Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Alle europäischen Länder, inklusive der Türkei und Russland, dazu die Mongolei, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die USA und Kanada. Sie alle bilden die OSZE. OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und weil fast alle der 57 Mitgliedstaaten zum OSZE-Treffen in Hamburg ihre Außenminister geschickt haben, durfte der deutsche Gastgeber Frank-Walter Steinmeier eine Menge Hände schütteln heute. Und kam nicht durcheinander, so wie ich jetzt. Er tat es offenbar gerne. Denn ohne den Dialog mit Männern wie dem russischen Amtskollegen Lavrov wird es kaum Frieden geben können. Etwa in Syrien oder der Ukraine. Dazu gleich unser Interview mit dem deutschen Außenminister, der sich zuvor in Hamburg zum Ende des deutschen OSZE-Vorsitzes noch einmal als Konferenzleiter mit seinen Kollegen an einen Tisch gesetzt hat. Mareike Aden. Es ist schon dunkel in Hamburg, da schreien Hunderte ihre Wut heraus. Sie sind vor allem Linke, sind gegen die OSZE-Konferenz, sehen die Politiker dort als Kriegstreiber. Mehr als 10.000 Polizisten sind in Hamburg im Einsatz, um den OSZE-Ministerrat zu sichern. Eintracht herrscht dort nur beim Gruppenfoto. Keine gemeinsame Richtung aber gibt es bei den Themen Syrien oder Ukraine. Das Jahr des deutschen OSZE-Vorsitzes geprägt von Konflikten, das weiß auch Gastgeber Steinmeier. Der Krisenmodus, das scheint der aktuelle Aggregatzustand dieser Welt zu sein. Ich bin überzeugt, gerade in den stürmischen Zeiten wie diesen brauchen wir Strukturen des Dialogs und der Zusammenarbeit. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir die OSZE als Leuchtturm, der auch Orientierung geben kann. Der Krieg in Syrien, in Hamburg, immer wieder Thema, in Randgesprächen, in Hinterzimmern. Die syrische Armee veröffentlichte heute diese Bilder. Sie sollen Luftangriffe auf Assad-Gegner in Aleppo zeigen. In der ehemaligen Rebellenhochburg sollen fast 300.000 Zivilisten eingeschlossen sein. US-Außenminister Kerry sagte nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov, wir arbeiten daran, aber es gibt Hoffnung. Außenminister Lavrov verkündete wenig später sogar eine Kampfpause, damit Zivilisten fliehen könnten. Aus Aleppo kamen aber widersprüchliche Meldungen. Die russische Strategie in Syrien sei weiterhin klar, so Lavrov. Den Terroristen Schläge versetzen, bis sie ausgelöscht sind und der notleidenden Bevölkerung helfen. Und der politische Prozess muss in Gang gesetzt werden, all das ohne Vorbedingungen. Ich antworte also dem deutschen Fernsehen, unser Gewissen ist rein, basierend auf diesen drei Prinzipien aus dem UN-Sicherheitsrat. Weiterhin ungelöst, das eigentliche Hauptthema der Konferenz, die Lage in der Ostukraine. Seit 2014 ist dort eine OSZE-Beobachtermission tätig. Sie registriert derzeit wieder mehr Verletzungen der vereinbarten Waffenruhe, bis zu 1.000 pro Tag. Der stellvertretende Leiter der Mission ist nach Hamburg gekommen. Er setzt auf die OSZE. Ohne Dialog ist es schwierig, Lösungen zu finden. Die Spezialbeobachtermission stellt objektive Informationen zur Verfügung, die wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisberges darstellt. Aber diese Spitze muss wahrgenommen werden, um Lösungen zu finden, um schlussendlich auch der Zivilbevölkerung zu dienen, die jetzt in den dritten Winter geht und ständig nach einer Lösung fragt und Frieden will. Abends beim Essen der Außenminister im Hamburger Rathaus sieht es harmonisch aus. Aber mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung wird nicht gerechnet. Zu weit liegen die Positionen auseinander, trotz aller Gespräche. Ein eng getakteter Konferenztag für Frank-Walter Steinmeier und doch viele Fragen offen. Über den Sinn solcher Veranstaltungen sowie die Krisen in Syrien und der Ukraine habe ich mit dem Außenminister am Rande der OSZE-Konferenz gesprochen. Herr Bundesaußenminister, für Wehmut ist nicht viel Platz bei so einem Treffen, haben Sie selber gesagt. Aber weht da nicht doch für Sie so ein bisschen auch ein Abschied mit bei diesem Treffen? Na ehrlich, der Gedanke ist mir überhaupt noch nicht gekommen. Das sind ja hier ausgesprochen anspruchsvolle und kontroverse Debatten und verlangt volle Konzentration. Wir haben ja Verantwortung für immerhin diese Organisation mit 57 Mitgliedstaaten. und deshalb, ich denke wirklich nicht an das, was im nächsten Jahr kommen könnte. Jetzt ist es ein Treffen, das Sie sehr akribisch vorbereitet haben. Es sind 10.000 Polizisten hier im Einsatz. Das hat viele Millionen Euro gekostet. Wenn man sich den Ertrag dieses Treffens anschaut, steht es im Verhältnis, da ist doch nicht so viel rausgekommen bei so einem hohen Aufwand. Ja, das lässt sich leicht sagen aus journalistischer Sicht, weil Sie sich die Welt nicht vorstellen können, wie sie wäre, wenn wir solche Treffen nicht machen würden. Nein, ich glaube, man muss sich einzelne Beispiele suchen, um zu wissen, wie wertvoll solche Organisationen sind, wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Gäbe es sie nicht zum Beispiel, dann wäre ein uralter Konflikt, an den schon niemand mehr denkt, Bergkarabach, Nagornikarabach, weiß schon keiner mehr genau, ein umstrittenes Gebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan, das wäre in diesem Jahr zu einem veritablen Krieg ausgeartet. Immerhin gab es 200 Tote im April dort und dank der OSZE konnte dieser Konflikt relativ schnell wieder eingefangen werden. Gäbe es die OSZE nicht, würden wahrscheinlich heute an der Konfrontationslinie in der Ostukraine, in der Donbass-Region, viel, viel mehr Menschen sterben, als im Augenblick dort zu Schaden kommen. Es gibt immer noch Verletzungen des Waffenstillstandes, aber Gott sei Dank ist das Gewaltniveau deutlich heruntergegangen. Aber ist denn gerade in diesem Konflikt, den Sie ansprechen, ist da jetzt irgendwie eine Annäherung möglich geworden bei diesem Treffen, wenn Sie sagen, es war so wichtig? Naja, wir haben jetzt gerade ein Zusammentreffen auf Außenminister-Ebene in Minsk gehabt, die vier Außenminister, Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland, das sogenannte Normandie-Format. Darin bemühen wir uns um eine Beruhigung und hoffentlich auf lange Sicht Lösung des Konfliktes. Das tun Sie seit zwei Jahren schon, also das muss ja abkommen. Ja, ja, wir werden da auch dranbleiben, selbst wenn Journalisten immer sagen, das nützt alles nichts. Wir müssen das immer wieder tun, solche Treffen, weil wenn wir feststellen, dass die Verletzungen des Waffenstillstandes wieder zahlreicher werden, dann muss man die Konfliktparteien wieder an den Tisch holen, zur Vernunft bringen, Mechanismen entwickeln, wie man das Gewaltniveau wieder runterfährt. Und man erhält sich sozusagen die Chance, dass irgendwann die politische Lösung erreicht werden kann. Was wir nur festgestellt haben in Minsk bei dem Zusammentreffen, beide Seiten, sowohl Kiew wie Moskau, warten im Augenblick ab, was passiert in den USA und bewegen sich deshalb im Augenblick bei den entscheidenden Punkten nicht von der Stelle. Das stellt auch niemand in Frage, dass das wichtig ist, da weiter drüber zu reden und die Kanäle offen zu halten. Aber sind Sie da nicht manchmal frustriert, wenn Sie mit Ihrem russischen Kollegen und dem ukrainischen reden und da bewegt sich nichts? Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört über Sitzungen, in denen man nichts erreicht. Aber ich bin in der Verantwortung und deshalb sage ich immer, aufgeben ist keine Option. Wenn wir aufgeben, dann kommen Menschen zu Schaden, die überleben könnten in solchen Konflikten. Und deshalb muss man, trotz Enttäuschung, die es gibt, trotz Rückschlägen, die man auch erleidet, muss man versuchen, am Ball zu bleiben und Schlimmeres verhüten. Glauben Sie, Deutschland hat da eine besondere Funktion? Sollte sich da noch mehr einbringen, als es schon tut? Das war ja eine Entscheidung, die wir nicht ganz einfach getroffen haben. Insgesamt in der Welt, meine ich. Ja, am Beginn dieses Jahres, als wir die Präsidentschaft in der OSZE übernommen haben, das ist ja kein einfaches Umfeld. Viele Krisen und Konflikte, Syrien, Libyen, Jemen und eben Ukraine. Auf der anderen Seite, ich habe gesagt, wenn in einer solchen Situation nicht ein stabiles, ökonomisch einigermaßen gesundes Land wie Deutschland in die Verantwortung geht, wer soll es dann tun? Wen sollen wir dann bitten, Verantwortung zu übernehmen? Deshalb haben wir es gemacht und das ist in der Tat Teil unserer gestiegenen Verantwortung. Und trotzdem ist so ein großer Konflikt wie Syrien, Sie haben es gerade angesprochen, der scheint unlösbar, gerade derzeit. Also wir gucken da, wie in Aleppo Furchtbares passiert. Warum hakt das da? Warum geht das keinen Schritt weiter? Es ist furchtbar. Es ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, die ist es auch, sondern es scheint tatsächlich auch aus der Entfernung und obwohl ich mich intensiv damit beschäftige, einer dieser neuen Konflikte des 21. Jahrhunderts zu sein, wo es immer auch um Macht geht, aber wo so viel an religiösen, ethnischen und ideologischen Überlagerungen stattfindet, wo alle Nachbarstaaten irgendwie die Finger im Spiel haben, dass man unheimlich viele Leute am Tisch braucht, um einen solchen Konflikt zu beruhigen. Das versuchen wir... Glauben Sie, dass das möglich ist? Wir versuchen zunächst mal hinzukriegen, dass wir wieder Waffenpausen kriegen, in denen auch humanitäre Versorgung der Bevölkerung stattfindet. Es ist ja nicht nur so, dass gekämpft wird, sondern es kommt ja noch zusätzlich hinzu, dass das Internationale Rote Kreuz und alle anderen Organisationen nicht hineinkommen, um die Verletzten zu versorgen. Das versuchen wir im Augenblick hinzukriegen. Das ist zentral. Aber wer hat da Schuld dran, dass das nicht klappt? Da müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn wir einen Waffenstillstand hinkriegen, darüber haben wir jetzt hier gesprochen mit dem Kollegen Kerry, den amerikanischen Außenminister, gestern Abend habe ich mit dem russischen Außenminister länger darüber zusammengesessen, dann muss auch der Weg in eine politische Lösung wieder geöffnet werden. Es gibt ganz viele, die Schuld tragen natürlich in den letzten Monaten, vor allen Dingen die, die Assad unterstützt haben, auch bei den Luftbombardements. Und dazu gehören der Iran und Russland. Die Russen sind aber nicht die einzigen, die schuld sind, oder? Nein. Ich habe ja vorhin gesagt, es sind ganz viele Nachbarn, wie wir sagen, regionale Akteure, die sehr genau aufpassen, wer das Machtspiel in Syrien gewinnt. Das Machtspiel, das für die meisten eine Periode des Leidens und des Sterbens geworden ist. Die Nachbarn alle achten sehr genau darauf, wer dieses Machtspiel gewinnen könnte und unterstützen verschiedene Parteien, Kämpfende, Nichtkämpfende. Und das macht es so unendlich schwierig, da endlich am Tisch zu einer Lösung zu kommen. Aber auch da sage ich, es gibt ja keine Alternative, selbst wenn es schwer ist, selbst wenn es lang dauert. Wir müssen endlich dahin kommen, dass das Sterben ein Ende findet, dass die Kampfhandlungen beendet werden und vorher noch humanitäre Versorgung sichern. Sind Sie persönlich dann vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass Sie vermutlich nächstes Jahr sich darum nicht mehr kümmern müssen? Nein, ich meine, Sie dürfen nicht verwechseln, dass die Frustration, das ist sozusagen Teil der Verantwortung, die ich habe. Damit muss man umgehen lernen und ich mache es jetzt seit fast acht Jahren. Ich finde die Arbeit wichtig und deshalb werde ich mich nicht befreit fühlen, wenn ich dasselbe nicht mehr tun kann. Im Übrigen, ob ich etwas anderes mache, das hängt von einer Wahl ab. Das ist gute demokratische Tradition abzuwarten, wie die Wahl am 12. Februar in der Bundesversammlung ausgeht. Wir werden darüber berichten. Vielen Dank, Herr Bundesaußenminister. Ich danke Ihnen. Die OSZE tagt, die Minister beraten und in Syrien wird weiter gekämpft. Auch heute wieder. Dazu ein Kommentar von Esther Saoub vom Südwestrundfunk. Ich weiß nicht, wie viele Zivilisten heute in Aleppo gestorben sind. Niemand weiß das genau. Elf Menschen in einem Krankenhaus nahe der Front waren dabei, obwohl Rotes Kreuz und Roter Halbmond schon unterwegs waren, um sie zu retten. Die Helfer kamen nicht durch, weil das Geschützfeuer zu stark war. Hilflose Helfer begleiten den Krieg in Syrien, seit er begonnen hat. Daran hat auch das Treffen der OSZE in Hamburg nicht viel geändert. Die Hungernden und Bedrohten in Aleppo können vielleicht Luft holen. Aufatmen können sie nicht. Denn eine Feuerpause, selbst wenn sie kommt, ist kein Waffenstillstand. Russland und Iran haben in Aleppo Tatsachen geschaffen. Syriens Präsident Assad spricht inzwischen von einer Wende im Krieg. Es scheint fast, als könnte man Aleppo nicht mehr helfen. Das stimmt aber nicht. Noch immer sind im Osten der Stadt Zivilisten eingeschlossen. 150.000, schätzt die UNO. Für sie muss ein dauerhafter Waffenstillstand her. Das Treffen am Samstag in Genf könnte den bringen. Danach haben die USA und Europa mal wieder die Chance, auf direkte Gespräche hinzuwirken. Und das heißt auch massiver Druck auf Russland. Denn der Westen kann nicht länger hilflos zusehen, wie russische Flieger Aleppo bombardieren, während Moskau jede Resolution zu Syrien verhindert. Essa Saoub kommentierte. Ja, der Konflikt in Syrien wirft immer wieder die Frage auf, wie sich Deutschland denn in solchen internationalen Krisen verhalten soll. El-Neni hat den aktuellen Deutschland-Trend. Welche Meinung äußern die Deutschen denn dazu? Die Deutschen sind ja traditionell eher zurückhaltend, wenn es um Kriegsbeteiligungen oder wirklich Intervention in Kriegsgebieten geht. Aber wir wollten grundsätzlicher nach Engagement bei internationalen Krisen fragen, also von der Diplomatie bis hin zum letzten Mittel. Und da haben die Deutschen eine klare Meinung. Sollte sich Deutschland stärker engagieren bei internationalen Krisen? 56% befürworten das, 37% sagen, nein, das sollte Deutschland nicht tun. Diese Werte haben sich in den letzten Jahren leicht verschoben zugunsten der Befürworter eines stärkeren internationalen Engagements. Und der Mann, der für verantwortlich ist, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der hat sich im Interview vorhin ja angesichts der Krisen der Welt für ein stärkeres internationales Engagement Deutschlands ausgesprochen. Kommt das bei den Bürgern denn gut an? Davon kann man ausgehen, denn Frank-Walter Steinmeier ist im Moment so beliebt wie noch nie bei den Deutschen. Acht von zehn Deutschen sind mit seiner Arbeit zufrieden. Das ist sein persönlicher Rekordwert. Und da befindet er sich auch im Vergleich zu anderen Politikern auf einem extrem hohen Niveau. Und da erstaunt es auch nicht, dass, wenn man fragt, ist er auch ein guter Kandidat für das Bundespräsidentenamt, dass da auch eine sehr deutliche Mehrheit von 82% der Befragten sagt, ja, er ist ein guter Kandidat. Nur 12% sagen, nein, er ist kein guter Kandidat. Erstaunlich ist, dass sich diese Zustimmung wirklich über alle Parteigrenzen hinweg erstreckt. Also sogar die in Anführungszeichen kritischeren Anhänger von AfD und der Partei Die Linke sagen, er ist ein guter Kandidat und zwar mit zwei Drittel Mehrheit. Elneny, vielen Dank soweit fürs Erste. Wir sprechen uns dann später in der Sendung nochmal. Dann unter anderem mit der Sonntagsfrage. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, wegen mutmaßlicher Versäumnisse im VW-Abgasskandal. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. Die Brüsseler Behörde wirft der Bundesregierung unter anderem vor, VW nicht für die Manipulation von Staatsstoffwerten bei Dieselautos bestraft zu haben. Am Ende des Verfahrens könnte eine Klage vor dem europäischen Gerichtshof stehen. Es ging heute viel um Paragraphen in Brüssel. So sehr, dass dahinter fast der Kern des Problems verschwand. Europas Luft wird vergiftet. Weil Autobauer betrügen und weil Behörden bislang keinerlei Strafen dafür verhängt haben. Die EU-Kommission in Brüssel wirft der Bundesregierung zudem vor, sie halte die Testergebnisse zurück, die sie selbst nach dem VW-Skandal gemacht hat. Tests mit komplizierten, aber brisantem Inhalt. Teil des Berichts sagt, dass etliche andere Automobilhersteller auch Abschalteinrichtungen benutzen. Zum Beispiel Thermofenster oder Timers. Aber die deutschen Behörden finden, dass das legitim ist, weil diese notwendig sind, um den Motor zu schützen. Thermofenster, Timer. Im Klartext heißt das, auch jetzt fahren in Deutschland noch Fahrzeuge, die das Abgas nicht richtig reinigen. Offiziell, weil sonst der Motor kaputt geht. Die Bundesregierung erklärte heute nur schriftlich, dass sie diese Ausnahmen künftig einschränken will. Kein Wort aus Berlin allerdings dazu, ob und welche Strafe womöglich noch gegen VW verhängt wird. Bislang verlangt Verkehrsminister Dobrindt nur, die Autos zu reparieren. Die Europäische Zentralbank will ihr Programm zur Stützung der Konjunktur weiter fortsetzen. Der EZB-Rat entschied heute, die umstrittenen Anleihekäufe bis Ende 2017 zu verlängern. Der monatliche Umfang wurde allerdings verringert. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die EZB weitet ihre Anleihekäufe aus, falls nötig sogar bis 2018, damit die Finanzierungsbedingungen für die Euro-Länder günstig bleiben, so Zentralbankchef Draghi. Hochverschuldete Staaten wie Italien, dessen Banken nur noch dünne Kapitalpolster besitzen, können eine solche Unterstützung brauchen. Das Weiter-So freute heute auch Aktienanleger. Der DAX stieg erstmals in diesem Jahr über 11.000 Punkte, denn viel des billigen Geldes ist bislang an die Aktienmärkte geflossen. Seit März 2015 hat die EZB Monat für Monat Anleihen gekauft. Erst nur Staats-, dann auch Unternehmensanleihen. Bis zum kommenden März wird sie auf diesem Weg rund 1.700 Mrd. Euro in die Märkte gepumpt haben. Anleger rechneten mit einer Ausweitung der Käufe auf 2.220 Mrd. Die EZB übertraf diese Erwartung sogar ein klein wenig. Nach dem Motto, die EZB ist weiterhin bereit, alles zu tun. Dass sie monatlich die Dosis der Geldinjektionen verringert, sendet das Signal, dass Maßnahmen durchaus auch zurückgefahren werden können. Schon heute wurde überall darüber diskutiert, wann es tatsächlich soweit sein könnte. Faktisch steuert die EZB nun in die entgegengesetzte Richtung, wie die US-Notenbank FED. Diese hat ihre Anleihekäufe längst gestoppt, ist dabei die Zinsen weiter zu erhöhen. In Europa dagegen würden die Zinsen selbst nach Beendigung der Anleihekäufe noch lange niedrig bleiben, so EZB-Chef Draghi. Sparer hören dies sicher nicht gern. Ebenso Banken, die von Zinsgeschäften abhängen. Der Euro fiel wegen der Aussicht auf Dauerniedrigzinsen deutlich, auf 1,06 Dollar. Der deutsche Aktienindex schloss mit einem Plus von 1,8 Prozent bei 11.179 Punkten. Der Dow Jones ging mit 19.615 Zählern aus dem Handel ein Plus von 0,3 Prozent. So friedlich es jetzt in der Adventszeit erscheinen mag, um dieses Gebäude wird im kommenden Jahr heftigst gestritten und gerungen werden. Die Bundestagswahl 2017 wirft ihre Schatten bereits weit voraus. Gestern ist ja in Essen der CDU-Parteitag zu Ende gegangen, auf dem Angela Merkel als Parteivorsitzende wiedergewählt wurde und auf dem zugleich ihre erneute Kanzlerkandidatur angeschoben wurde. Elneny hat dazu Zahlen aus dem Deutschland-Trend. Wie stehen die Bürger denn zu Merkels erneuter Kanzlerkandidatur? Ja, Angela Merkel hat sich entschieden und die Deutschen begrüßen das mehrheitlich. Wir wollten wissen, finden Sie es gut, dass Angela Merkel als Kanzlerkandidatin antritt? Da sagt eine Mehrheit von 59 Prozent, das ist eine gute Entscheidung, 13 Punkte mehr im Vergleich zum September, als wir das zuletzt gefragt haben. 39 Prozent sagen, nein, das ist keine gute Entscheidung, 12 Punkte weniger im Vergleich zum September. Jetzt ist es ganz interessant, mal auf die Befürworter zu gucken. Also die sagen, das ist gut, dass sie sich jetzt durchgerungen hat und danach Parteizugehörigkeit zu unterscheiden. Wir gucken erst mal auf ihre eigene Partei, auf die Union. Bei den CDU-Anhängern 89 Prozent Zustimmung, das ist nicht erstaunlich, aber auch bei den CSU-Anhängern 82 Prozent. Sehr gute Werte. Jetzt gucken wir mal auf die anderen Parteien, zum Beispiel auf die grünen Anhänger. Die sagen 68 Prozent, es ist richtig, dass sie noch mal antritt. Bei den SPD-Anhängern sind es 52 Prozent und bei den Anhängern der Linke 49 Prozent. Also da bleibt am Ende festzustellen, dass fast in allen Parteien die Entscheidung, die Angela Merkel getroffen hat, für gut befunden wird. Lässt sich denn daraus auch bereits etwas zu Ihren Chancen bei der Bundestagswahl sagen? Ja, die Bundestagswahl ist ja noch ein bisschen hin in einem Dreivierteljahr und Ihre Chancen hängen natürlich ganz entscheidend davon ab, wer ihr gegenüber tritt. Und das vor allem bei der SPD. Wir wollten mal mit zwei möglichen SPD-Kandidaten durchspielen, was eine Direktwahl bedeuten würde. Wenn man in Deutschland die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler direkt wählen könnte und Angela Merkel würde gegen Sigmar Gabriel von der SPD antreten, dann haben wir hier ein klares Bild. 57 Prozent der Deutschen würden sich für sie entscheiden, nur 19 Prozent für Sigmar Gabriel. Ganz anders sieht es aus, wenn Angela Merkel direkt antreten könnte, und zwar gegen Martin Schulz von der SPD ein sehr viel engeres Rennen. 43 Prozent für Angela Merkel, 36 Prozent für Martin Schulz. Aber wie gesagt, bis zur Bundestagswahl sind es ja noch gut neun Monate und da wird sich sicherlich noch einiges tun. Ja genau, in der Tat. Erst im September wird das Parlament ja neu gewählt. Wie ist denn die politische Stimmung im Land momentan insgesamt? Also interessant ist, dass wir feststellen, dass fast alle Spitzenpolitiker an Zustimmung gewonnen haben bei den Deutschen. Also, dass sie einige Punkte zulegen können. Nicht nur Frank-Walter Steinmeier, der auf Rekord hoch ist, das ist bei den anderen Politikern auch zu beobachten. Trotzdem, bei der Sonntagsfrage tut sich relativ wenig. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 35 Prozent, zwei Punkte mehr im Vergleich zum Vormonat. Die SPD ist stabil bei 22 Prozent, genauso stabil wie die Linke bei 9 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt, landen bei 11 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und landet bei 5 Prozent. Und die Alternative für Deutschland bleibt stabil bei 13 Prozent. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschland-Trend können Sie wie immer im Internet nachlesen unter tagesschau.de. Elneny, vielen Dank dafür. Danke nach Hamburg. Flüchtlinge, die von Griechenland aus in andere EU-Staaten weiterreisen, sollen ab Frühjahr 2017 wieder zurückgeschickt werden können. Noch mal weitere Nachrichten mit Jan Hofer. Die Zustände im griechischen Asylsystem hätten sich gebessert, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Sie forderte dennoch weitere Änderungen, etwa eine angemessene Unterbringung von Asylbewerbern, insbesondere im Winter. Damit soll das sog. Dublin-Verfahren schrittweise wieder anlaufen, das seit 2011 ausgesetzt war. Danach ist in der Regel derjenige EU-Staat für einen Flüchtling zuständig, in dem dieser das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Die Türkei hat deutschen Diplomaten die Ein- und Ausreise am Istanbuler Flughafen Atatürk erschwert. Daran gaben eine Nachrichtenagentur, würden Ein- und Ausreise erst nach einer detaillierten Prüfung und Untersuchung erlaubt. Dadurch entstünden für deutsche Diplomaten rund einstündige Verzögerungen. Vorausgegangen war ein Vorfall mit der türkischen stellvertretenden Parlamentspräsidentin Bahrech Kapili. Sie war Anfang des Monats wegen fehlender Papiere zeitweise am Flughafen Köln-Bonn festgehalten worden. Michael Müller ist wieder zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. Bei der Abstimmung bekam der SPD-Politiker im 1. Wahlgang 88, der 158 Abgeordnetenstimmen viel weniger als seine Koalition Sitze hat. Müller steht nun an der Spitze der bundesweit ersten von Sozialdemokraten geführten rot-rot-grünen Landesregierung. Bisher hatte Müller mit der CDU regiert. Die Lufthansa rechnet noch in diesem Jahr mit einer Schlichtung im Tarifkonflikt mit den Piloten. Damit wäre eine Friedenspflicht und ein vorläufiges Ende der Streiks verbunden, sagte Lufthansa-Chef Spur in Frankfurt. Die Pilotengewerkschaft Cockpit prüft nach 14 Streikrunden derzeit ein Gehaltsangebot des Unternehmens. Der letzte Streik hat Lufthansa laut Spur rund 100 Mio. Euro gekostet. Der US-Astronaut John Glenn ist tot. Er starb heute im Alter von 95 Jahren. Glenn war der erste US-Amerikaner, der 1962 die Erde in einem Raumschiff umrundete. Die damalige Sowjetunion hatte bereits ein Jahr zuvor einen Kosmonauten in die Erdumlaufbahn gebracht. Glenn hatte später, 24 Jahre lang, als Politiker der Demokraten für den Staat Ohio im US-Senat gesessen. Mit 77 Jahren kehrte er an Bord des Space Shuttles Discovery noch einmal ins All zurück. Ein großartiges Bild. Die Meldung dazu ist es leider ganz und gar nicht. Eher tief traurig. Denn die Giraffe ist nun offiziell vom Aussterben bedroht. Die Weltnaturschutzunion schätzt, dass es etwa nur noch 100.000 dieser anmutigen und faszinierenden Tiere gibt. Klingt zunächst mal gar nicht so schlecht, aber das sind gut 40% weniger als noch vor 30 Jahren. Und Schuld ist, wer oder was sonst, wie immer, der Mensch. Berichtet Thomas Denzel. Sie ist ein majestätisches Tier. Die Giraffe, größtes Landtier der Erde. Und offenbar vom Aussterben bedroht. Eine der Ursachen der Mensch, vor allem Farmer, machen den Giraffen den Lebensraum streitig. Und immer häufiger müssen Ranger die Tiere vor Wilderern schützen. Giraffen werden meistens für ihr Fleisch gewildert. Es sind einfach große Tiere und sie sind sehr einfach zu jagen. Wenn man schon mal eine Giraffe in der freien Wildbahn gesehen hat, die stehen einfach da und gucken einen an. Also es ist kein Problem, eine Giraffe zu töten. Und sie haben einfach sehr viel Fleisch. Wenn man ein Dorf füttern möchte oder eine Armee, ist eine Giraffe einfach ein gutes Opfer. Bisher galten Giraffen als nicht gefährdet. Doch nun scheint es, dass für den Erhalt mancher Giraffenarten Zoos wie hier in Johannesburg wichtig werden könnten. Selbst für viele Experten sind die neuen Zahlen überraschend. Und auch die Zoobesucher sind entsetzt. Da muss schnell etwas unternommen werden, sagt dieser Besucher. Wir wollen doch nicht erleben, dass diese wundervollen Tiere ganz von der Erde verschwinden. Und es gibt noch Hoffnung, sagen Experten. Die Giraffenpopulation könne sich wieder erholen, wenn ihr Schutz verstärkt würde. Doch in manchen Regionen Afrikas gäbe es nicht genug Naturreservate. Dort stelle sich vor allem eine Frage. Wo sollen dann die Tiere leben? Bleibt wie immer am Ende der Sendung eine Frage noch für uns. Und zwar der Blick aufs Wetter. Wie wird denn das Wetter, Carsten Schwanke, in den nächsten Tagen? Vor allem im Norden bleibt es mild. Auch in den nächsten Tagen bis zum Wochenende. Im Süden bleibt es etwas kälter. Aber zur Abwechslung fällt auch mal wieder etwas Regen. Deshalb starten wir direkt mit dem Regenradar. Und zwar im Norden Deutschlands sind heute von der Nordsee kommend immer wieder Regenwolken hereingezogen. Sie bewegen sich aus dem Nordwesten weiter Richtung Nordosten, wo es jetzt noch leicht bismäßig tröpfelt. Es gibt aber heute Nacht auch noch etwas anderes als diesen Regen. Nämlich nach diesen Regenwolken bleibt es hier bewölkt. Ziemlich viele graue Wolken ziehen hinterher, sodass es also stark bewölkt im Norden ist. Im Süden ist es teils aufgelockert bewölkt und vor allem in den Talen und Niederungen lang. Da bildet sich teilweise dichter Nebel. Die Temperaturen unterscheiden sich enorm. Im Norden bleibt die Nacht nicht nur frostfrei, sondern zum Teil mit 6 bis 8 Grad richtig mild. Im Süden gibt es Frost mit minus 1 bis minus 5 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit vielen Wolken und vereinzeltem niesende Regen, vor allem in der Osthälfte. Aber diese vielen Wolken gibt es im gesamten Norden und auch in der Mitte, nur ganz im Süden. Dort kann die Sonne scheinen, abgesehen von den Nebelfeldern. Im Verlauf des Tages wird sich daran nur wenig ändern. Das heißt also, es bleibt meistens in der Nordhälfte stark bewölkt mit nur sehr kleinen Wolkenlücken, wo ab und zu mal die Sonne durchschauen kann. Und ab und zu fällt auch noch ein bisschen Nieselregen. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Unter dieser Wolkendecke im Norden gibt es 8 bis 12 Grad. Im Süden ist es grundsätzlich eher kälter mit einstelligen Höchsttemperaturen. Außer in den höheren Lagen der Mittelgebirge, wenn die Sonne scheint, wie zum Beispiel im Schwarzwald, dort kann es auch mit 11 Grad deutlich wärmer werden. Und dort, wo der Nebel dichter bleibt, wie zum Beispiel im Tal der Werra, zwischen Rhön und Thüringer Wald, gibt es Dauerfrost mit rund minus einem Grad. Der Wind weht meistens aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Übermorgen am Samstag ähnliches Spiel. Im Norden Wolken mit etwas Regen. In der Mitte schon trocken, im Süden Sonne oder Nebel und auch etwas kühler. Der Sonntag bringt dann Schauer. Und nach diesen Regenschauern vom Sonntag kommt dann zu Beginn der nächsten Woche vor allem in die Osthälfte doch etwas deutlich kältere Luft heran. Die Temperaturen gehen zurück. Aber, Ingo, ein richtiger Winter wird das dann immer noch nicht. Und wir bleiben wettermäßig ein geteiltes Land. Danke, Carsten Schwanke, für die Aussichten. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's wie immer donnerstags weiter mit Comedy. Erst Pussy-Terror mit Caroline Kebekus. Dann dritter Stott links mit Sebastian Puffpaff. Im Nachtmagazin begrüßt Sie gegen Mitternacht Sven Lohrik. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017